Hi Leute, es ist wieder soweit. Wir machen wieder ein Match in Battlefield Bad Comedy 2, Sollivitum und ich. Und wie im Videonamen beschrieben, ist es die entsprechende Zeit und der entsprechende Ort. Ja, wir haben einen neuen TS-Server. Ich werde euch hier ganz kurz die Daten zeigen. Wir haben einen neuen Port, den werde ich auch noch unten in der Videobeschreibung verlinken. Eine neue Adresse. Ansonsten ist alles wie sonst. TS3 kriegt ihr ganz einfach bei Chip.de. Da braucht ihr mich nicht fragen. Und ja, ansonsten kommt ihr hier einfach rauf. Wir verbinden uns auf den Server. Und ihr seht hier eine Hülle und Fülle von Räumen. Wir sind in dem Raum... Na, wo sind wir denn? Hier. Battlefield BC2. Noch ist hier kein Passwort. Allerdings wird das Passwort dann lauten 987654321. Wir bitten euch, euch zu muten, wenn wir die Aufnahme starten. Ich kann einfach den TS muten. Und ja, wir haben ein paar sehr fähige Moderatoren in diesem TS. Deswegen brauchen nicht mehr Simon und ich das machen. Unsere Moderatoren wären perfekt eingewiesen. Und wir bitten euch, euch kooperativ zu halten. Nicht zu flameen. Und bitte nicht zu quatschen, während wir aufnehmen. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, hier mitzuspielen. Wir werden euch dann immer regelmäßig den Servernamen reinposten, dass ihr auch auf den Server kommt, wo wir dann gerade spielen. Ihr könnt hier gerne über den Chat im TS... Hier unten habt ihr dann den entsprechenden Chatfeld. Da könnt ihr dann gerne... Oh, das ist gar nicht im Video. Also hier unten, ihr werdet erst den haben. Und hier habt ihr das entsprechende Chatfeld. Da könnt ihr gerne raufgehen und mit uns ein bisschen chatten. Auch während der Aufnahme. Das macht dann gar nichts. Vielleicht kann ich da ja einiges in die Aufnahme mit einbringen. Ansonsten war es das. Also nicht vergessen. Heute, wie im Video beschrieben, gibt es... Ja, ein BFB C2 Match. Mit Simon und mir. Wir freuen uns auf euch. Und ich hoffe, ihr erscheint zahlreich. Bis dann, Leute. Haut rein.